Siacoin in 60 Sekunden. Siacoin ist ein Utility-Token, das heißt mit diesem Token erhaltet ihr Zugriff auf den Service von SIA. Die übliche Abkürzung für Siacoin lautet SC und Siacoin gibt es seit dem Jahr 2015. Was ist das Besondere an SIA? SIA ist ein dezentraler Cloud-Speicher, das heißt ähnlich wie zum Beispiel bei Dropbox oder Google Drive könnt ihr eure Dateien hier in der Cloud speichern. Der Unterschied ist, dass das Ganze peer-to-peer, das heißt nur zwischen den Teilnehmern läuft. Eure Dateien werden also nicht zentral auf einem Server von Dropbox oder Google gespeichert, sondern verschlüsselt und weltweit auf ganz vielen Computern abgelegt. Diesen Service bezahlt ihr dann mit Siacoin, deswegen ist der Coin selbst ein Utility-Token und ihr geht dabei einen sogenannten File-Contract ein, der sicherstellt, dass nur ihr Zugriff auf eure Dateien habt. Aktuell sind 32 Milliarden Siacoins im Umlauf, zumindest laut CoinMarketCap. Die durchschnittliche Blockzeit beträgt 10 Minuten und als Hashing-Algorithmus kommt Blake2b zum Einsatz. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Das war Siacoin in 60 Sekunden, für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, lasst mir einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat und teilt das mit euren Freunden, die sich für Kryptowährungen begeistern könnten. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao!